Hallo? Hey Kleines, warum willst du denn schon früher nach Hause? Kannst du mich nicht einfach abholen? Ich will nach Hause, Papa. Was ist mit mir? Was ist mit meiner Entscheidung? Hast du das gehört? Da sind Schreie aus dem Keller. Ich will wieder da zu sein. 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 Das ist ... afford ... Untertitelung des ZDF, 2020